Musik Wir leben in einer Zeit voller staunlicher Fortschritte, auch auf dem Gebiet der Medizin. Dennoch ist es uns bis heute nicht gelungen, Rückenmarksverletzungen zu heilen, die das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beeinträchtigen. Aber wir geben nicht auf. Durch neue Denkansätze und gemeinsames Handeln der Nationen der Welt werden wir eines Tages erfolgreich sein. Das Rückenmark ist ein Rätsel, doch gemeinsam werden wir es lösen.